Servus ihr Lieben, herzlich willkommen bei der ersten Geschichte von Geschichteln von der Straße. Ich werde immer wieder gefragt, irgendwelche Storys auf Tour mit Band und Solo und so weiter. Ich habe mir gedacht, jetzt könnt ihr mich mal hinsetzen und könnt ihr mal anfangen, immer wieder mal eine aufzunehmen und euch zu verzeihen. In dieser Geschichte geht es um den größten Auftritt, den ich jemals gespielt habe. Bevor ich Solo unterwegs war als Matthias Kellner, war ich jahrelang sehr aktiv mit meiner Band, die Kellner geheißen hat, innovativerweise. Und ja, also wir haben so zusammengefunden, die Band hat so richtig zusammengefunden 2009 ungefähr. Ich habe 2008 angefangen, meine erste Platten aufzunehmen, die This Ocean Life. Und direkt danach praktisch auf der ersten Tour dann zu dieser Platten ist dann die Band so entstanden. Einfach weil ich schon immer irgendwie diese Idee gehabt habe von einer Band, die ich mal haben will. Und mit Plattenvertrag und so weiter hat sich das halt dann angeboten, dass man sagt, okay, gut, dann machen wir das jetzt einmal. Und die ersten Mitglieder von der Band waren der Josiel am Schlagzeug und mein Cousin, der Florian Sprenger, an der Gitarre, an der zweiten Gitarre. Und ein kleines Stück später ist dann noch der Johannes Molz dazugekommen am Bass. Und ja, es gab dann noch zur Aufnahme von der zweiten CD von der Hey Dude, hat es dann noch praktisch eine Auswechslung gegeben. Und der Josie Erl ist am Schlagzeug ausgewechselt worden mit dem Andi Schöhinger, der dann die längste Zeit der Schlagzeuger von der Kellner Band war und immer noch ist. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel gespielt und wir haben uns recht schnell so einen Ruf erarbeitet, er spielt als erstens einmal eine gute Live-Band und zweitens einmal als professionelle Live-Band. Da haben wir alle sehr viel Wert draufgelegt. Es war zwar nicht ganz so Rock'n'Roll, wie es jetzt bei anderen Bands vielleicht zugegangen ist, aber wir haben alle diese Einstellung gehabt, wir möchten professionelle Band sein. Was heißt das, professionelle Band? Das heißt einfach, dass du halt jetzt nicht jeden Tag Party machst und ziemlich fertig bist und so und dann zu spät kommst du zum Soundcheck und so weiter und so fort. Wie gesagt, war nicht wirklich Rock'n'Roll das Ganze, aber für uns in der Band war auch keiner so wirklicher Rock'n'Roller, muss man auch zugeben. Es ist auch okay, es können nicht alle rocken und nicht alle rollen. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir uns diesen Ruf erspielt haben, als erstens gute Live-Band und zweitens als welche, auf die man sich verlassen hat, ist es recht schnell passiert, dass wir als Vorband gebucht worden sind. Also wenn irgendjemand eine Band gespielt hat, dann hat es da manchmal eine Vorband gebraucht, die davor irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde spielen. Und für uns als recht frische Band war das natürlich eine super Sache, weil du hast erstens einmal vor einem größeren Publikum spielen können, als jetzt zu dir persönlich kommen werden. Nummer eins und Nummer zwei, du hast live spielen können. Du hast live spielen können, du hast die einem größeren Publikum präsentieren können und da deine CDs dann danach verkaufen und bewerben können. Du hast irgendwo gespielt vor 500 Leuten im Vorprogramm und hast zu denen dann gesagt, hey, in drei Wochen sind wir wieder bei euch hier in der Stadt und spielen eine Soloshow, kommt es doch vorbei. Ja, cool. Das war, das ist so die, weil als Vorband, kommen auch die Leute dazu, sagen wir mal, wissen vielleicht manche gar nicht, als Vorband kriegst du keine Gage, gar nichts. Also manchmal, wenn die Band, mit der du unterwegs bist, die liebsten Menschen auf der ganzen Welt sind, kriegst du vielleicht ein Benzingeld oder von den Veranstaltern ist das eigentlich eher oft ausgegangen, aber meistens nicht einmal das. Das heißt, du fährst da komplett auf deine eigenen Kosten hin und spielst da und hoffst, dass du dann zumindest nur CDs verkaufst, damit du wieder heimfahren kannst. Und für uns war das aber super, wir haben das sehr gern gemacht und wir waren auch, kann ich auch dazu sagen, wir waren auch echt gut da drin. Wir haben das gekannt, wir haben das hingekriegt. Und deswegen sind wir halt so über die Jahre unglaublich oft als Live-Band, als Support-Band unterwegs gewesen. Unter anderem haben wir gespielt als Support von Foreigner in Minger und The Sweet und Ten Years After und Uriah Heep, Manfred Man's Earth Band. Mit der Kim Wilde waren wir auf Tour. Keith Caputo haben wir vorbeignt gespielt. Mit die Fiddlers, Fiddlers Green waren wir auf Tour. Mit Tito and Tarantula waren wir auf Tour unterwegs. Und wir haben immer das gleiche Feedback gekriegt. Hey, die Jungs sind cool zum Arbeiten, die machen schnell ihren Soundcheck, sind schnell wieder herunten, räumen ihr Zeug fleißig auf und sie saufen nicht den kompletten Backstage-Kühlschrank leer. Was auch, glaube ich, die eine oder andere Band dazu gebracht hat, uns mitzunehmen. Einfach so, hey, dann stellst du einen Kastenradler hin und dann... Nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir sehr viel unterwegs gewesen. Und deswegen kam dann irgendwann einmal... Also zu dem Ganzen, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, die ganzen Support-Sachen, die wir noch gespielt haben, da gibt es noch ganz viele Stories. Also wir haben noch eine ganze Zeit was davon, keine Angst. Diesmal möchte ich, wie gesagt, speziell über einen reden. Und zwar sind wir gebucht worden für einen Auftritt im Olympiastadion. Und zwar als Support, als Vorband von Unheilig. Das war 2011, im Sommer 2011, das Konzert hat geheißen Sommernachtstraum. Das ist anscheinend jedes Jahr in Minger. Ich kenne mich nicht so gut aus damit, aber Sommernachtstraum hat das geheißen. Sommernachtstraum 2011. Und das war so unheilig, da war gerade dieses Geboren, um zu leben. Das ist, glaube ich, 2010 oder sowas rausgekommen. Auf jeden Fall, das war ein Riesenhit. Und gleichzeitig haben wir die Anfrage gekriegt, wir könnten einen eigenen Auftritt spielen an diesem Tag, an diesem Abend. Und zwar in Eiterhofen. Eiterhofen, ganz in der Nähe, ein bisschen außerhalb, ein Katzensprung außerhalb von Straubing, beim Musikgeschäft Piano Werner, Soundstation, meine ich heißen sie. Und da war auch Sommerfest. Jetzt weiß es so, das eine ist halt in Minger und im Olympiastadion. Aber es ist Vorband. Lieberweise war der Veranstalter damals, glaube ich, so drauf, der gesagt hat, ihr kriegt so ein kleines bisschen Gage. Aber es war wirklich, es war nicht der Teufel. Und bei dem anderen Auftritt hätte man aber eine schöne Stückelgage gekriegt. So, was tun? Wir haben uns also hingehackt und haben gesagt, das müssen wir jetzt halt austüfteln, wie wir das angreifen, was wir da machen. Und wir haben das so austüftelt, eigentlich kann das gehen. Und zwar war unser Plan, wir spielen Vorband von Unheilig im Olympiastadion und dann springen wir von der Bühne rein in ein Auto und fahren mit dem Auto nach Straubing und spielen da den anderen Auftritt. Und zeitlich geht das ungefähr. So haben wir uns das ausgedacht. Und ja, dieser Tag ist gekommen, ich weiß nicht mehr genau wann, im Sommer 2011, was ich schätze mal, im August oder sowas, Juli, August. Wir haben zwei Crews angeheuert, also zwei Mischer und zwei Techniker, die uns auf der Bühne helfen. Und die einen sind praktisch nach Straubing gefahren, vorher schon, und haben Equipment von uns mitgenommen und haben da schon mal das Aufbauen angefangen. Und die anderen waren instruiert, erstens einmal unseren Auftritt zu mischen und sobald wir von der Bühne runter springen und in diesen Wähen reinspringen, müssen die unseren Klump zusammenbackeln und in einen anderen Wähen reinschmeißen, damit unser Zeug nicht verloren geht und danach dann unheilig spielen können. Es war eine sehr, sehr enge Sache. Und der Tag ist gekommen, wir sind da in die Katakomben vom Olympiastadion in irgendeinem Zimmer drin gehackt, in irgendeinem Backstage-Garderobenraum. Und irgendeiner von den Veranstaltern ist gekommen und hat gesagt, also Leute, ihr seid jetzt dran, schaut super aus, es sind 30.000 Leute da. Und wir, ich meine, wir haben gewusst, es werden viele Leute sein. 30.000 war dann allerdings doch so, dass man so, what? Und du gehst dann auch nicht zur Bühne, sondern du fährst dann in so kleine Golf-Cards, fährst dann, wirst du dann zur Bühne gefahren, weil das ewig lang ist, da von Dingen zur Bühne hinzukommen und dann fährst du dahinter diese Bühne und da sind so Absperrungen, du siehst bloß so die höheren Ränge, siehst noch, wo die Leute sind. Aber du hörst halt die ganze Zeit, in einer Natur hörst du halt Und dieses Das sind einfach 30.000 Leute, die sagen, oh, schönes Wetter halt, interessant, bin gespannt, was als nächstes kommt. Und davor haben schon Bands gespielt, Livingston hat eine geheißen oder sowas, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und genau, wir waren dann, soweit ich weiß, es waren mir dann direkt vor Unheilig dran oder sowas. Aber da, das weiß ich gar nicht mehr gewesen. Auf jeden Fall, unser Klump war schon aufgebaut auf der Bühne, und jetzt viel Spaß mit Kellnern. Und dann sind wir da raus und es war immer noch Aber es waren immer nur, praktisch immer nur noch Leute, die halt reden, oh, wer ist jetzt das da? Weil auf uns hat natürlich keiner gewohrt, ja, alle waren da wegen diesem Unheiligtypen da. Und halt alle waren und wir so, Wahnsinn, ne? Aber das sind halt einfach 30.000 Leute, wenn die nur hüsteln, dann hört sich das gleich so, so an. Und wir sind da aufgegangen und haben, weiß ich nicht, 35 Minuten, ich glaube, wir haben den Veranstalter sogar noch ein bisschen runtergehandelt, so, ah, nein, wir möchten gar nicht 50 Minuten spielen, 35 klangen leicht, damit wir unseren Anschlussauftritt noch hinkriegen. Das heißt, wir haben da gespielt, wir haben gut abgerockt, obwohl das wirklich, also wenn du vor so vielen Leuten stehst und die dann alle zu dir hinschauen, das schaut einfach aus wie ein Meer aus Käpf. Du siehst nur lauter Käpf, bis die Ränge aufhören nur Käpf, lauter Käpf, die da alle umeinander schauen, wie beim Fußballspiel. Und dann haben wir da gespielt und dann waren wir wirklich so, breng, letzter Akkord, danke München, schön war's, bla bla bla, der ganze Soda. Und dann aber von der Bühne, alles liegen und stehen lassen, Schlagzeug, Gitarren, alles liegen und stehen lassen, aber ich von der Bühne reine in so einen Sprinter, in dem Sprinter ist schon unser Agent, der Jakob, drin gesessen und mit laufenden Motoren war so, okay Mann, auf geht's. Und dann sind wir von Minger auf Straubing gerast wie die Geisteskranken, wie die Narischen. Und alle so auf der Uhr und so, hoffentlich wird das und hoffentlich ist alles hergerichtet. Dann sind wir da angekommen, unsere Crew da dort hat schon alles hergerichtet gehabt, das ist schon alles Backstage gestanden, es waren gerade noch, ich glaube Poppin B haben da damals gespielt, vor uns. Die haben gerade noch gespielt, wir haben noch so die letzten Akkorde, von denen ich gehört, sind aus dem Bus raus, haben irgendwie kurzer Schlag in den Nacken, kurzen Kaffee ins Gesicht geschickt und dann, okay, auf geht's. Und dann haben wir noch zwei, zweieinhalb Stunden Show, wir haben meistens recht lang gespielt, Auftritt gespielt in Eiterhofer beim Sommerfest vom Musikgeschäft. Und ja, das war sowohl mein größter Auftritt, den ich jemals gespielt habe mit den meisten Leuten, als auch der erste Auftrittstag oder einer der ersten. Es gibt noch ein, zwei, von denen möchte ich euch dann das nächste Mal erzählen. Aber das war auf jeden Fall bis jetzt der größte Auftritt, den ich gespielt habe und die Geschichte außenrum dumm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mich unterstützen mag bei meinen Musikvideos und meinen Geschichten und so weiter schaut einfach in die in die Spalte da unten, da stehen die ganzen Links drin, Patreon und PayPal und so weiter. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch bald einmal wieder live sehe. Bis dahin, für Zeich.